Hallo liebe Kinder, heute möchte Hopsi in den Tiergarten gehen. Wollt ihr mitkommen? Als erstes springt Hopsi wie ein Känguru. Jetzt möchte er mal wie ein gefährlicher Tiger springen. Jetzt probiert Hopsi wie eine Spinne zu krabbeln. Und jetzt läuft Hopsi wie ein ganz schnelles Zebra. Zum Abschluss möchte Hopsi noch probieren, im Krebsgang zu gehen. Dabei drücken wir den Popo fest nach oben. Sehr gut hast du das gemacht, jetzt darfst du bereits das zwölfte Kästchen ausmalen. Sei auch morgen wieder dabei, wir freuen uns auf dich! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.